Das Leben hat es nie gut gemeint mit Horst Kevin Kasupke. Armut und Vernachlässigung haben dem 45-Jährigen übel mitgespielt. Ja, was soll ich sagen? Das mit dem Aufräumen habe ich nie hingekriegt. Und so Sachen wegschmeißen, das will man ja auch nicht. Dazu hatte der lustige Lebemann nie Glück in der Liebe. Die Frauen, die sind ja auch immer weggelaufen. Doch jetzt will Horst Kevin Kasupke sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und eine dieser Frauen zu der Seinen machen. So Horst Kevin, wir bringen jetzt mal den Müll raus. Das ist kein Müll. Das ist sortiert. Denn Horst Kevin Kasupke ist... Der Messy-Bachelor.